Make-up wird zu Recht als Wunderwaffe bezeichnet. Richtig aufgetragen kann es uns wacher, schlanker und ja, sogar jünger aussehen lassen. Es lohnt sich also ein paar Tipps und Tricks zu kennen. Hier sind unsere Tipps, damit das mit dem Jüngerschminken auch klappt. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit und nochmals Feuchtigkeit. Das sind die Grundzutaten für eine pralle und strahlend Haut. Mit zunehmendem Alter wird die Haut trockener, weshalb du tagsüber auf eine Feuchtigkeitspflege mit Lichtschutzfaktor setzen solltest. Trage darunter beispielsweise ein Hyaluron-Serum auf. Somit führest du der Haut maximale Feuchtigkeit zu. Puder oder flüssiges Make-up? Wähle letzteres. Heutzutage gibt es gute Make-ups für jeden Hauttyp, sodass man auf Puder verzichten kann. Der Grund? Puder setzt sich in den Fältchen ab und betont diese, anstatt sie zu kaschieren. Verwende zuvor einen Primer, denn damit hält das Make-up besser. Falls nach dem Make-up noch Stellen kaschiert werden müssen, dann verwendest du nur ein Tröpfchen flüssigen Concealer. Die Haut soll immer noch natürlich aussehen. Gloss bringt wunderbaren Schimmer auf die Lippen, lässt das ganze Gesicht strahlen. Auch schön sind Lippenstifte mit Glanzeffekt. Die gibt's jetzt auch mit pflegenden Anti-Aging-Zusätzen. Hängebäckchen werden ganz einfach mit Rouge kaschiert, direkt auf den Wangenknochen aufgetragen, wirkt es wie ein kleines Lifting. Beim Augen-Make-up sind jetzt sanfte Töne angesagt. Der äußere Augenwinkel kann ruhig etwas betont werden, den du aber bitte gut verblende. Dezenter Schimmer versprüht auch hier Frische. Verzichte du tagsüber auf zu dunkle Lidschatten oder einen dicken Lidstrich. Da sich im Alter die Augenpartie herabsenkt, wirkt das Auge mit dunklen Farben schnell gedrungen und müde. Die wenigsten wissen es, aber auch an unseren Wimpern geht die Schwerkraft nicht vorbei. Wimpern verlieren mit den Jahren ihren Schwung und werden gerade. Dem kann man jedoch super mit einer Wimpernzange entgegenwirken. Augenbrauen werden mit dem Alter dünner und heller. Wohl geformte und leicht nachgestrichelte Bögen mit Brauenpuder oder Stift machen jünger und öffnen das Auge wie ein Lidlifting. Widerspenstige Härchen können mit speziellem Gel nach oben gebürstet und fixiert werden. Neben Make-up gibt es noch andere Bereiche, in denen du dich optisch jünger zaubern kannst. Gepflegte Nägel mit Nagellack in knalligen Farben verleihen dir einen jugendlicheren Look, den du regelmäßig wechseln kannst. Dünner werdendes, stumpfes Haar kannst du mit geschickten Haarschnitten und Frisuren kaschieren. Auch an den Händen lässt sich das Alter oft schnell ablesen. Daher gilt, Handpflege ist das A und O, wenn du jünger wirken willst. Investiere also in hochwertige Handcreme, um deine Hände möglichst lange jugendlich zu erhalten.